Ich hab' keine Ahnung, wer ist da? Ich auf! Okay! Eins! Eins! Ja, pass auf! Also, Erik! Erik, eins! Wie viel? Acht! Fabio, was sagt deine Tafel? Mach du auch noch eine! Ich hab' die nicht! Okay, dann... Wer soll für dich machen? Erik oder ich? Ähm... Ja, mach das du eigentlich hier ran! Soll ich machen, gut! Dann entscheid' du, wo wir runtergehen! Okay! Also, letzte Chance! Du bleibst bei acht! Du bleibst bei acht! Ja, ich bleib auch! Ja, aber diesmal... Fabio, kein Ego-Dingen hier, ja? Jaaa... Komm! Komm ruhig! Komm ruhig! Bruder! Okay! Ich hab' einen! Wo sind die? Ich hab' einen! Ich hab' einen! Wo sind die? Ich hab' einen! Und die! Oh ja! Pfff! Warte! Oh ja! Pfff! Ja, ich kann den farben, ja Ah, hier vor mir Haben Da oben ist noch die Banane Hinten euch, hinter euch, hinter euch Hilfe Oh, Lenk Wie viele sind denn jetzt noch einmal hier? Zwei HP, ich möchte kurz rein Oh nein Einen hab ich Oh, das sind diese komischen Granaten Die die geworfen haben Lauf nicht weg, du Kuppel Oh, ist klar Ich hab keine Munition mehr Hier, direkt vor mir ist ein Hallo Ich muss mich heilen Ich muss heilen Einer holt mir die Kipp Das ist hier so eine Bot von der Ghostbunner Oh, von der Seite nochmal ein Team Eieieieieiei Tja Egal Egal, weiter Wenn wir immer beim ersten Mal klappen, wäre ja krass Beine Tafel Zehn Nein. Mann, nochmal. Nee. Nee. Zehn Kills. Ja, jetzt kommt auch deine dabei, Erwin. Ist ja auch ein stück als niedriger Zahl ist, ja. Weil zehn würde vollkommen ausreichen. Doch zehn! Fabio, dritte Tafel oder nicht? Ja. Nein, nein! Okay, was wäre die dritte... Ich will nur gucken, was geworden wäre. Hey, was ist denn jetzt? Ich kann... ...über ausfallen. Eins. Egal, 14 Kills. Also, wir haben gestern einen Win geholt. Deswegen war ich einmal so laut. Okay, sag mal so, ich habe geholt. Erik war eher meine Ködergranate. Ja, ich habe da nicht allzu viel gemacht. In der Runde, eigentlich... Ja. Habe ich gar nichts gemacht. Weil ich noch so lange überlebt habe. Du bist da mir hergerannt. Ja. Warum denn nicht? Ähm, welches Haus geht dir? Ich gehe... In der Mitte alleine ist da... Ich habe einen. Ich habe einen. Oh, sorry, 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 sorry. Nein, hol dir, hol dir. Ich habe extra ja gesagt. Hier kommt noch einer mit, hier kommt noch einer mit. Wo? Beim Erik, beim Erik, beim Erik. Einen habe ich. Ich habe noch einen. Boah. Einfach finishen, scheißegal. Auch Kills dealen, egal. Ich habe noch einen. Okay, einer müsste noch da sein. Okay. Drei Kills habe ich. Also, ja. Erik, wie viele hast du? Einen. Perfekt, Jochen. Ich gehe hoch. Oben ist noch eine Piste. Ich gehe hoch. Ich gehe mal mit. Ich glaube, das war schon ein Team, was wir jetzt getötet haben. Ja, ich habe drei Kills. Jetzt keiner mehr. Ja, ich habe den einen. Oh mein Gott, ich habe den... Und dann haben wir vier Stück insgesamt. Erik, hast du gefinished? Ja. Weil doch mir noch nicht angezeigt. Also nur für Protokoll, Freunde. Vier Stück Hammer von 14. Ja, bei mir werden auch nur drei Kills angezeigt. Wir werden vier insgesamt angezeigt. Ja. Meine drei und die unten einer. Oh, ich habe auch einen. Ich habe keinen, ich habe keinen. Achso, ja, dann war es Erik. So, hier Schüsse. Wo bist du, Erik? Die Richtung hier. Ich komme. Ich habe nicht Spaß. Draußen oder im Haus? Draußen, draußen. Ich baue, ich baue. Da unten. Da unten. Ist einer gegen die Kommin Bots am Kämpf. Holen, 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 holen. Ich werde versuchen, alle zu holen. Oh, der war fürs Scheisse. Ich habe dem SheetBrake getötet. Hab einen. Ich hab auch einen. Aber, der SheetBrake, der da. Ich glaube ich habe nur einen Bot getötet. Ich nicht. Erik, der ist von mit Blond. Vor mir ist noch einer. Oh, da kommt ein. Okay, ich hab noch einen. Sehr gut. Kann ich die blaue haben? Kann ich die Heilung haben? Ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her, Bruder. Hier, zack, hier, bam. Hol dir, hol dir, gönn dir alles. Ich hab mir jetzt einfach die blaue Tech geholt. Ich hab die Lila Tech. Ich hab gespaßt, alles gut. Gut. Hier kommt noch ein. Diese Steps, Erik. Ja. Mal weg, mal weg, scheißegal, scheißaufs Zielen. Ich hab ihn nicht, ich hab ihn. Oh, der hat noch einen schönen 80er von mir bekommen. Der arme Kerl muss... Kann sich jemand verkleiden? Seht, ich seht, ich seht. Von da hinten, da, am Wasserloch. Ja. Mehrere? Ja, das ist ein Team. Ich hab den einen da wild im Wasser. Ich hab den im Wasser. Ich hab gleich keine Munizierung mehr. Scheißegal. Ich hab nur noch für die Tech. Ich hab nur noch für die Tech. Hättet ihr dir. Was? Ah, da ist noch einer. Nein, dann muss ich die Scheiße. Ja. 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 Ich hab nichts zum bauen. Ich muss noch gleich. Komm hinter mir. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hier kommen noch Schüsse. Hier oben. Ja. Ich hab ihn. Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja. Ich hab ihn. Ja. Ich hab ihn. Wie geht's? Ey, jemand hat mich eingebaut. Tschuldigung, das sind welche? Ja, das stimmt. Boah, ich hab ihn voller Sorte drangekommen! Oh, komm. Ich bin genockt, ich bin genockt! Er finischt mich! Warte, warte! Der hat ein Wachgewicht gehört. Nein! So schnell wie auch so eine Wache! Nein! Nein! Ich war nur ein Wachgewicht.